Salve, Buongiorno! Ich bin noch in Spanien. Bitte verzeiht mir meinen Aufzug hier. Ich mache gerade eine Joggingrunde und habe natürlich immer mein Mikrofon dabei, meine Kamera. Und wenn ich einen genialen Einfall habe, wie in diesem Moment, mit einer super Kulisse, dann habe ich mir gedacht, nehme ich das mit, um gleich ein Video zu drehen. Questo è un Video per il mio Tagesblog Italiano Livello Intermedio. Genau, für meine Mittelstufe, fortgeschrittenen Tagesblog. Das Thema heute, also das Grammatikthema oder die Übung, wird sein auf Bitte und Anfragen von mehreren meiner YouTube-Schüler und Schülerinnen, Studenti, Studentesse. Vielleicht ist auch ein Professore dabei und will nochmal Italienisch lernen. Und zwar die Vergangenheit. Einfach mal so ein bisschen, ja, Sätze bilden. Einfach so ein Übungs-Quickie. Genau. Aber, chi conosce già questo Tagesblog per livello intermedio, sa già che prima di iniziare con l'esercizio, racconto qualcosa che mi viene in mente, qualcosa della mia vita. E oggi vi vorrei raccontare qualche anetodo, un po'... Vi vorrei parlare di Napoli. Di Napoli, perché di Napoli? Perché Napoli è proprio, è una città, secondo me, una delle più belle che conosca io. E mi sta veramente molto, molto, mi sta al cuore la città di Napoli. Perché? Perché la mia prima ragazza era di Napoli e i suoi zii per quattro anni... Beh, questa relazione è durata quattro anni, però avevo 16 anni, quindi niente male, no? E per quattro anni mi hanno fatto vedere la costiera amalfitana, Capri, Sorrento, Napoli, certo, eh? Dove si mangia bene, eccetera, eccetera. E lì, in quel periodo, perché ero ancora giovane, quindi non... Era un po' ingenuo, naif, eh? E ho visto, notato delle cose molto belle che ancora mi ricordo oggi come se fosse stato ieri. Una delle cose... Cioè, il traffico. Non so se è ancora così, perché io sto parlando degli anni Ottanta, la fine degli anni Ottanta, quindi parecchi anni fa, però... Cioè, qualcosa sarà cambiato, spero anche in positivo. Però, ad esempio, il traffico. C'è anche quel autore di cui avevo già parlato, Luciano De Crescenzo, che ha scritto dei libri proprio sui napoletani, sulla mentalità napoletana, e lui questo tipo di traffico, questo caos, ingorgo, lo chiamava traffico a croce. Cioè, la croce, eh? Allora, cosa vuol dire questo traffico a croce? Tenete presente i grandi incroci, eh? I grandi incroci, Kreuzungen, eh? Anche senza semaforo o con semaforo, però quello del semaforo vi racconterò subito. E quindi i napoletani erano specialisti di buttarsi tutti quanti, cioè, in mezzo, da sinistra e destra, dal nord-sud, eh? Cioè, tutti in mezzo. E poi, certo, se tutti si buttano in centro, eh? E vengono altre macchine, cioè, poi non c'è più possibilità di muoversi, di manovrare, di andare indietro, di fare retromarcia, no? E quindi lui lo chiamava il traffico a croce perché poi si era bloccato tutto, eh? E poi bisognava aspettare qualche orretta, eh? In quel frattempo, ehm, che cosa faceva molta gente, o che cosa fa molta gente, eh? Perché poi non ha senso aspettare sull'auto, no? E quindi bisogna anche approfittare del tempo guadagnato, praticamente, e poi vanno a bere un caffè. Cioè, questa è una bella storiella. Poi, a proposito del caffè, no, quello del caffè, la storia è una delle ragioni per cui mi piace la mentalità napoletana, mi piace questa città. Eh, anche il dialetto napoletano c'è, c'è un, come devo dire, un scioglilingua in napoletano, eh? Volete ascoltare come parlano i napoletani? Paschal, spaccameieno, pozzarua, spaccabaschal. Ok, sono ragazzi, c'è un pozzarua, spaccabaschal. Quindi questo è il dialetto napoletano, però non vorrei parlare del dialetto napoletano, però volevo parlare. Eh, sì, riguardo al traffico, un secondo anettodo. Allora, poi un'altra storia che veramente mi fa venire i brividi, eh? Gänsehaut, però in senso positivo. Il caffè sospeso, eh? Sospeso vuol dire che qualcosa non è stato fatto, non è finito, eh? Sospeso, manca ancora un po', eh? Per esempio, chi si interessa delle macchine, dei motori, eccetera, eccetera. La sospensione è aufhängung, eh? Però il caffè è sospeso. Aufgehängt caffè, cosa vuol dire questo? Allora, voi sapete, purtroppo, a Napoli c'è tanta disoccupazione, eh? Non è solo un problema di Napoli, è un problema del sud in generale, però c'è tanta disoccupazione, quindi c'è tanta gente povera e nonostante il caffè costi soltanto 1 euro o 80 centesimi, ci sono molte persone che non si possono permettere di bere un caffè al bar, eh? Buono. Allora, quindi, chi ha dei soldi, o diciamo, non devi essere proprio ricco, però chi si può permettere? Adesso mi devo sbrigare perché viene sempre più gente. Quindi, chi non ha i soldi per comprarsi il caffè è sfortunato, è sfigato. No, a Napoli no, perché a Napoli chi può, cioè chi ha lavoro, chi se lo può permettere, quando va al bar e beve un caffè, beve un caffè però paga due, eh? Quindi lui paga due caffè, uno sospeso, eh? Uno sospeso vuol dire quel caffè è per una persona che non ha i soldi per bere il caffè. E quindi a Napoli i poveri, no, entrano al bar e dicono c'è un caffè sospeso. C'è un caffè sospeso? Bella questa storia, no? Allora, questa è la storia del caffè sospeso, veniamo al dunque, al tema di oggi, passato prossimo. Non vi vorrei spiegare le regole, dovete già saperle perché questo è un tagesblog. Jetzt wollte ich einfach mal mit euch ein bisschen Sätze bilden, in passato prossimo, weil ich das immer für Anfänger mache, Sätze bilden und dann wurde ich genau ein bisschen, oder wurde ich angeschrieben, ob man das auch nicht für passato prossimo, für die Vergangenheitsform machen kann. Certo, sono Michele, scrivetemi prima o poi, realizzo i vostri desideri, ci provo almeno, ich versuch's zumindest. Ok, beginnen wir mal ein bisschen warm werden. Vado, heißt ich gehe, wie sagst du, ob ich bin gegangen? Sono andato, oder wenn du eine Frau bist, sono andata, vai! So, und jetzt, falls du noch nicht so bewandert bist, vai, wenn du jetzt schon gesagt hast, sono andato, hör doch mal auf Deutsch, ich bin gegangen, du bist gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen, 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 das bleibt immer gleich. Also, sono andato, ich bin gegangen und dann musst du jetzt sagen, vai, du bist gegangen. Sei andato, andiamo, andiamo ist wir gehen, aber in die Vergangenheit. Siamo andati, oder siamo andate, für Frauen. Das erklär ich jetzt nicht groß, das sollte klar sein. Ok, also jetzt, sag nochmal, ich bin gegangen, sono andato, oder sono andato, ich bin nach Hause gegangen, sono andato a casa. Bleib bitte in dieser Reihenfolge, sono andato a casa presto, und sehr früh, molto presto. Sono andato a casa molto presto. Ok, wie sagst du nochmal, du bist gegangen, oder als Frage, bist du gegangen? Sei andato, oder wenn du eine Frau fragst, sei andata, also frag mal, wann bist du gegangen? Cuando sei andato, wann bist du nach Hause gegangen? Cuando sei andato a casa? Wann bist du gestern Abend nach Hause gegangen? Cuando sei andato a casa, ieri sera? Machen wir mal, kann ja auch passieren, warum bist du gestern Abend nach Hause gegangen? Das habe ich meine Frau gefragt, nach unserem ersten Date, die ist nach Hause gegangen. Die hat sich wahrscheinlich schon gesehen, meinen Pappenheimer, den kenne ich schon. Was war die Frage, warum bist du gestern Abend nach Hause gegangen? Perché? Und dann wieder, sei andato a casa, ieri sera. Siete, sei andato a casa, ist eigentlich so eine Einheit, die gehört zusammen. Und dann gehört, ieri sera, con i tuoi amici, perché, quando, come mai, eccetera, eccetera. Dico, ist ich sage, aber wie sagst du das in der Vergangenheit? Ho detto. Und wie sagst du dann, non dico niente in die Vergangenheit? Also ich sage nichts. Doppelte Verneinung, ich hoffe das ist klar. Das sollte jetzt in deinem Level klar sein. Ich habe zwar noch kein Video gemacht, muss ich nochmal machen. Allora, non dico niente. Non ho detto niente. Non ho detto niente. Und wie sagst du denn ihm? Ihm, also ihm. Nochmal wiederholen Michele. Na, ich bin ja nicht doof. Das reicht schon. Ich weiß schon, was du meinst. Aber mir fällt es auf Italienisch nicht ein. Dann helfe ich dir. Gli. Gli. Also wie sagst du dann, ich habe ihm nichts gesagt. Und jetzt bitte versuch dich zu erinnern mal, wie der Satz war. Ich habe nichts gesagt. Und das li ist so wie mi piace, di piace. Das kommt, das stellst du da vor. Non li ho detto niente. Und du hast ihm nichts gesagt. Ja, er müsste gar nichts berühren, bis auf ich habe und mit du hast austauschen. Non li hai detto niente. Und warum hast du ihm nichts gesagt? Non li hai detto niente. Und warum hast du ihm nichts gesagt? Non li ho detto niente. Eh, vabbè, io sono della vecchia scuola. Ich bin noch alte Schule. Ich mache es noch mit Trommeln. Ok. Faccio. In die Vergangenheit? Ok. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ho fatto una passeggiata. Ich habe einen schönen Spaziergang gemacht. Ho fatto una bella passeggiata. Ich habe letzten Sonntag einen schönen Spaziergang gemacht. Ich habe mit meiner Familie einen schönen Spaziergang gemacht. Ich habe einen schönen Spaziergang gemacht. Ho fatto una bella passeggiata con la mia familia la domenica scorsa. Oder la domenica scorsa ho fatto una bella passeggiata con la mia familia. Ok. Fate. Fate. Es ihr macht die Vergangenheit. Avete fatto. Was habt ihr gemacht? Cosa avete fatto? Was habt ihr mit meinem Auto gemacht? Cosa avete fatto con la mia machina? Ok. Prendo in die Vergangenheit? O preso. Prendi in die Vergangenheit? Preso bleibt ja dann immer gleich. Ay preso. Was ist die Vergangenheitsform von prendere? Preso. Was heißt hast du genommen? Ay preso. Was hast du genommen? Cosa. Ay preso. Was hast du genommen zum Essen? Jetzt bleibe ich mal in der italienischen Reihenfolge, aber im deutschen Verse. Was hast du zum Essen genommen? Zum Essen ist da mangiare. Cosa hai preso da mangiare? Cosa hai preso da mangiare? Was hast du gestern Abend zum Essen genommen? Cosa hai preso da mangiare ieri sera? Ok. Prendo. Die Vergangenheitsform nochmal. Preso. Die Vergangenheitsform von mettere. Mettere. Messo. Metti. Du legst hin, du stellst hin in die Vergangenheit. Hay messo. Wo hast du hingetan? Dove hay messo? Wo hast du den Pass hingetan? Dove hay messo il passaporto? Ja? Und der Flug, der Flug geht in einer Stunde und du bist echt nervös und dann kannst du sagen, wo zum Scheusel Teufel hast du den Pass hingetan? Dove cazzo hai messo il passaporto? Aber das sagt ihr ja nicht, weil ihr seid immer pünktlich. Ok. Va bene. Das ist erstmal ein bisschen so eine kleine Übung. Jetzt mal eine Frage. Sono. Wie setzt ihr denn die Vergangenheit? Sono. Sono stato. Malato. Also. Sono malato. Ich bin krank und wie sagt ihr dann? Ich bin krank gewesen. Ich war krank. Sono stato malato. Sono stato malato. Sono invitato. Ich bin eingeladen. Sono stato invitato. Eine Frau sagt. Hört sich irgendwie schön an bei den Frauen. Das muss ich jetzt mal zugeben. Sono stato invitato. Also. Sono. So Sätze mit Sono. Sono a casa. Sono malato. Sono invitato. Ist ganz einfach in die Vergangenheit zu setzen. Sono stato. Das heißt also, solltest du solche Sätze haben und dann. Ah, wie sag ich denn das? Ich war gestern krank. Denk einfach in die Gegenwart. Ah, ich bin krank. Ah ja. Sono. Und dann sono stato. Was heißt du bist? Sei. Wo bist du? Dove sei? Sei. Und jetzt frag mich. Wo bist du gewesen? Dove sei stato? Sei a casa? In die Vergangenheit? Sei stato? A casa? Sei. 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 Mit O ist dasselbe. Ho tempo? In die Vergangenheit? Ho stato tempo. Also dasselbe meine ich natürlich die Vergangenheitsform von avere. Ho avuto tempo. Wie sagst du dann in die Vergangenheit? Hai fame. Hai avuto fame. Perché non hai fame? Perché non hai fame? Perché non hai avuto fame? Dann weiter in die Vergangenheit. Abbiamo un problema. Abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un problema. Abbiamo un problema con il telecomando. Telecomando ist die fermbedienung? Abbiamo avuto un problema con il telecomando. Ah? Und jetzt noch eine Frage. Und jetzt noch eine Frage. Immer in die Vergangenheit. Che problema hai? Che problema hai avuto? So, was hast du für ein Problem mit der Fernbedienung gehabt? Que problema hai avuto con il telecomando? Okay, dann machen wir noch was Schönes, zum Beispiel mi chiami, rufst du mich an. Das ist ja auch immer diese mi davor, das verwirrt dann einen, aber ich letztendlich chiami. Ich habe ja dieses Übungsvideo für passato prossima, da gibt es ja in meiner Playlist für Sprachkurs, italienisch fortgeschritten, Mittelstufe, wirklich das ausführliche Video, wie du es erklärt. Aber letztendlich mi chiami, ja, ist ja die du-Form, chiamare ist mit avere, was heißt dann du hast? Ai, und dann das mi davor, mi ai chiamato. Mi ai chiamato. Warum hast du mich nicht angerufen? Perque non mi ai chiamato. Okay, und das machen wir jetzt mal ganz schnell mit diesem ti chiamo. Jetzt überlegst du, ti chiamo, das ist in der Ich-Form, was ist die Ich-Form von haben? Oh, und dann die Vergangenheit, ah, ti ho chiamato. Ti chiamo in die Vergangenheitsform? Ti ho chiamato. Mi chiami in die Vergangenheitsform? Mi ai chiamato. Perque non mi chiami? Perque non mi ai chiamato. Und die Frage, warum hast du mich gestern Abend nicht angerufen? Perque non mi ai chiamato, jeri sera. Okay? Dann auch was Schönes, andare a prendere. Machen wir nicht das? Andare a trovare. Andare a trovare ist besuchen. So, welches von den beiden müsst ihr in die Vergangenheit setzen? Andare oder trovare? Sag dir trovare, weil besucht. Ja, aber wenn du schaust, die Italiener sagen, ja, ich gehe hier zu finden. Und dann würdest du sagen, ich bin gegangen zu finden, ah? Andato. So, also, sono andato a trovare. Sono andato a trovare. Und wie sagst du das dann in der Frage? Bist du, oder bist du, hast du besucht? Sei andato a trovare. Hast du Maria besucht? Sei andato, oder bei Frauen sei andata. Sei andato a trovare Maria. Hey, warum hast du Maria nicht besucht? Ja. Weil es mir nicht schmeckt bei ihr. Perque non? Sei andato a trovare Maria. Oder, nochmal, du hast besucht? Ja. Andare a trovare? Sei andato a trovare. Wen hast du besucht? Qui sei andato a trovare? Oder wir haben besucht. Ja, denkst du immer, wir, 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 wir sind. Heißt, wir sind gegangen, musst du ja sagen. Ja, wir haben unsere italienischen Freunde besucht. Ja, wir haben unsere italienischen Freunde besucht. Was ist die Vergangenheitsform von prendere, nochmal? Hatten wir ja vorhin kurz. Preso. So, wie sagst du denn, du hast genommen? I preso. Ja, du hast mich genommen. Also, Moment, Moment, ja. Darauf will ich nicht hinaus. Bleib dran. So schlimm wird es jetzt nicht. Und in giro ist auf den Arm nehmen. Ja, also sag mal, hast du mich auf den Arm genommen? Mi hai preso in giro. Warum hast du mich auf den Arm genommen? Per que mi hai preso in giro? Also, prendere in giro ist auf den Arm nehmen. Nochmal die Vergangenheitsform prendere. Preso, in der ich form, also ich habe genommen. O preso. Und ich habe auf den Arm genommen, also jemanden veräppelt. O preso in giro. Und ich habe dich auf den Arm genommen. Das Dich wieder davor. Ti ho preso in giro. Und dann sagt er, nein, ich habe dich nicht auf den Arm genommen. Non ti ho preso in giro. Ja, bäh. Also, ich wollte noch zwei, drei andere Übungen machen, aber jetzt sehe ich schon wieder, das Video ist schon wieder so lang, aber das schadet ja nie, die Videos zu splitten. Dann kann ich wieder die nächsten Tage ein weiteres Video zu dem Thema Passato Proximo hochladen, wenn euch diese Übung gefallen hat, wenn ihr sagt, ja, genau so wollten wir das, als wir dich darum gebeten haben. Io che cosa faccio adesso? No, che cosa faccio adesso, kann ich ja gar nicht sagen, dann kann ich ja gar nicht in der Vergangenheit sprechen. Che cosa ha fatto qua in Spagna? Ho insegnato lo spagnolo. E questa settimana è stata fantastica, perché ho passato, diciamo, due o tre ore al giorno, ho passato in spiaggia a insegnare lo spagnolo. Abbiamo mangiato benissimo. Ho fatto, due volte ho fatto le ore piccole. Perché? Perché siamo qua in Spagna e si mangia tardi, poi si esce e così. E poi, beh, mi sono divertito un mondo. Ich habe mich köstlich amüsiert. Das ist jetzt aber wieder ein anderes Thema, denn das ist reflexiv werden im Passato Proximo. Und das wird auch nochmal kommen, ok? Allora, io adesso continuo il mio Jogging, vado a fare footing e grazie, dass ihr so verständlich seid für meinen, naja, nicht so tollen Anblick und Aufzug. Ok, ciao, ciao, alla prossima. Allora, quindi vi avevo detto che questi zii della mia ex ragazza, no, non ve l'avevo detto, loro non avevano figli, no, e in vacanza, quando noi eravamo andati a trovarli, erano liberi e ci hanno fatto vedere tutta la città, con la macchina, no, girando con la macchina. E io poi ad un certo momento mi meravigliavo un po', mi stupiva un po' il fatto che lui ogni volta che passava un incrocio a semaforo verde, cioè sto parlando di semaforo verde, suonava, meh, 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 il klaxon. Sapete che cos'è il klaxon? Il klaxon è una bella, tipica parola latina, ja, kommt auch aus dem Latein, ich glaube auch schon von den Urvölkern, die haben das verwendet, ja, il klaxon, die huppe. Ok, il klaxon viene, non so, forse viene dall'inglese, dal francese, perché anche i francesi dicono il klaxon. Allora, e lui ogni volta che passava l'incrocio a semaforo verde suonava il klaxon, e io ad un certo punto gli ho chiesto, come si chiamava, Pasquale, mi sa, proprio Pasquale, tipico nuovo di Napoli, Pasquale, zio Pasquale, sì, sì, così chi si chiama. Allora dico, Pasquale, ma tu perché suoni sempre il klaxon? Tanto è verde, no? E lui mi spiega, senti Michele, qua siamo a Napoli, cioè io vi racconto questo onettodo di 30, 35 anni fa, non so se è ancora così, però all'epoca era così. Siamo a Napoli, mi ha detto, e io quando passo l'ingrocio a semaforo verde, sì che lui, l'altra persona che ha rosso deve aspettare, però lui deve sapere se viene qualcuno, quindi io devo suonare il klaxon, perché i napoletani per sé, cioè il semaforo per loro è sempre verde, quindi anche se è rosso è sempre verde, però se è rosso e c'è e si sente un klaxon, allora veramente è il segno di fermarsi, altrimenti mi ha spiegato, e io gli ho detto, ma zio Pasquale, dai, mi stai prendendo in giro, mi stai prendendo in giro, e lui, no, 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 è sul serio, perché se io non suono il klaxon e succede un incidente, poi è colpa mia, ma questi napoletani, bella, a me piacciono queste storie, perché voi sapete, io non sono, non sempre sono normale, e quindi queste storie pazze, queste abitudini pazze un po' fuori dal comune mi piacciono tanto, allora, però... io, anche, cio, jone, io, anche, cio, vabbè, che tanto non ha senso, dovrò aspettare un'oretta e mi faccio un bel caffè. Vielen Dank.